Mein Subreddit, welches den Namen R-Slash-Revi trägt. Relativ simpel, ja? Falls ihr Reddit nicht kennt, ist eine einfache App, ist sowas wie 9-Gag. Eigentlich nicht, eigentlich ist es deutlich besser als 9-Gag. 9-Gag ist, es ist lustig, es ist gut, vertraut mir. Reddit ist nice. Ähm, ich befall mal weiter wieder, natürlich bin ich im Reddit-Game drin. Sehr gut, sehr gut, okay, passt mal auf. Lasst uns hier mal bitte, also das Reddit, das Subreddit ist sehr, sehr inaktiv gewesen. Wir haben hier 4,9.000 Members. Ich poste einen Link mal in den Chat rein. Kommt gerne mal dazu, meine Freunde. Bin das erste Mal im Spaß des Streams. Arthur Alves, danke deiner 3 Euro, ich glaube, das ist der falsche Stream hier. Kommt gerne mal rein, meine Freunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu kommt. Weil das Erste, was ich morgens mache, ist Realtalk. Ich stehe auf und check das Reddit, meine Freunde. Und dann lache ich über eure Scheiße, die ihr hier reingepostet habt. So ein Ding ist das nämlich. Kommt, wie gesagt, gerne mal rein. Ich würde mich an der Stelle sehr freuen. Wir haben, guck mal hier, 4.923 mehr, aber ich glaube, die 5K. Da sollten wir heute schon knacken, glaube ich, oder? Ja. Wie gesagt, Chat ist, äh, Chat, hier ist der Link. Kommt gerne mal rein. Kann ich euch nur empfehlen. Wird ganz nice. Beginnen wir mit den Memes, die ihr lustigerweise erstellt habt. 100 Spieler, eigentlich nur 5 Spiel in Heiden Sieg. Ist das jetzt dasselbe Video? Ja, weil es hier das gleiche Bild ist. Unglaublich witzig. Unglaublich witzig. Unglaublich lustig, weil wir keine anderen Bilder von mir haben. Unglaublich lustig. Also wirklich, sau, sau funny. Also toll. Tolles Meme, wirklich. Kann ich, kann ich nur fühlen. Feier ich sehr. Ähm, ein Meme von gestern Abend. Bernd stirbt fast. Marvin chillt sein Leben. Bernd, warum willst du mich umbringen? Marvin, hör mir zu. Oh, okay, alles klar. Gestern, gestern, gestern Abend, Leute. 13 Leute haben drüber gelacht. Also 8 Leute haben drüber gelacht. Ja, ich gebe auch mal hier. Ach ne, ich bin gar nicht angemeldet hier im PC. Ist auch gut so. Ihr werdet niemals meinen Account finden. Ähm, ja, kann man machen. Also es sind sehr viele RP-Memes da drin. Deine Haare sehen gut aus. Wann ist der auf den Kopf gefallen? Meine Haare sehen gut aus. Achso. Ja, also. Also, ich weiß nicht, ob Vives Haare gut aussehen, oder? Das, äh, weiß ich nicht. Würde ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Oder, Chat, sagt ihr, dass Vives Haare gut aussehen? Können wir ganz kurz darüber sprechen, dass Vives Haare gut aussehen? Wieder mal mit Headset Bilder bewerten. Aber diesmal läuft Musik. Ich darf das. Okay, Chat. Ähm, nope, nope, nope. Und eine Menge Zweien. Raus, Lukas. Ganz schnell. Gut. Machen wir weiter. Mal hier wieder jemand, der seinen Job nicht kann. Okay, einfach irgendein Bild. Frau Wolde Mantis, wenn sie wieder versucht, Bernd umzubringen. You got vectored. Ey, diese scheiß Roleplay-Memes, Alter. Diese verfickten... Diese... Junge. Diese Roleplay-Memes. Frau Wolde Mantis einfach. Wie ich mir gestern sowas aus dem Arsch gezogen habe, Digga. Okay. Jede Sternschuppe, die du siehst, ist ein Fahrer, der bei der Mario Kart Regenbogenstrecke gefallen ist. F in der Chat. F in der Chat an alle Leute, die von der Mario-Regenbogenstrecke runtergefallen sind. Es tut mir wirklich leid für euch. Äh, ich habe so viele neue Joby-Fanpages in den letzten Tagen gesehen. Äh, ich habe... Äh, was soll das? Was soll das? Was soll... Ich bin nicht mehr mit... Ja, danke für die Apps, die können wir direkt fortführen. Ich bin nicht mehr mit Jody zusammen. Warum gibt es noch Joby-Fanpages? Ich habe so viele... Was soll das? Ich habe so viele Joby-Fan... Revi. Äh, Revis Community. Joby. Hm? Ja, Leute. Sorry. Das, äh... Das ist... Das ist momentan nicht... Also, Jody und ich... Das ist... Egal. Du beendest die Werbeanzeige mit einem Kreuz. Es leidet zu ein... Zu Google Spiel. Google Play Store. Aber ja, man kennt es. Man kennt es. Wer ist dieser Typ hier? Ich kann es nicht erkennen. Keine Ahnung. Was ist ein Keks unter einem Sonnenschirm? Ein schattiges Plätzchen. Ja. Sau. Sau lustig. Sau funny. Arcadi auf dem Weg, im Revis-Team zu bellen. Ey. Ey. So. Real. So real. Jedes Mal. Jedes Mal, Junge. Jedes Mal, wenn Arcani... Wo ist der? Ja, hier. Unterm Tisch liegt er gerade. Jedes Mal, wenn ich streame. Gerade im Roleplay. Arcani immer... Ich brauche eine Compilation von allen Clips, wo Arcani gebellt hat, Digga. Mr. Mobile, Agent Luku. Danke für deinen Sub. Sehr stark. Revi. Unge-Stream. Revis Nummer. Sehr nice. Danke nochmal an der Stelle an Simon Unge, der meine Nummer gelegt hat. Arschgeile Nummer. Arschgeile Nummer. Sehr gut. Sehr gut. Simon, ich bin stolz auf dich. Wenn der Nachbar im Garten den Teppich anklopft und einfach mal rufen, was los ist. Aber den sprengt er nicht an. Gut. An der Stelle gehen wir nicht darauf ein. Wegen Teppich. Und da gibt es bei GTA... Ich gehe da nicht drauf ein. Junge, ruft Revi an. Revi. Dich ficke ich auch noch. Ah ja. Genau das. Genau das. Der arme Junge. Der arme Junge, der mich da angerufen hat, Alter. Von mir zusammengeschrien worden ist. Junge, 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 Junge. Dankeschön, Arthur Alves. Dankeschön, Bro. Für deinen Sub. Ich mache mal wieder Subscribers rein. Affektions schon wieder hier am rumnerven. Was soll Revi... Revi. Niemand will Valorant spielen. Revi. Was soll Revi Stream spielen? GTA, RP, Minecraft, Valorant. Hat jemand eigentlich im Chat kurz Bock auf eine Runde Valorant? Von meinen Subs. Hat jemand von meinen Subs gerade Bock, dass ich Valorant spiele? Also soll ich vielleicht... Soll ich vielleicht eine Runde Valorant spielen? Soll... Ja? Das ist... Es ist schon viel... Ihr wollt, dass ich Valorant spiele, oder? Ich sehe das hier. Ich sehe das. Ich sehe es. Scheiße, ich muss da... Na, da muss ich zeigen. Ja, ja. Zeit für Valorant. Ihr sagt es, ihr sagt es. Zeit für Valorant. Wo tut es denn weh? Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Verbindung zu GVMP herstellen. Mein Herz. Jedes Mal, Digga. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich auf diesen Server connecten möchte. Immer und immer wieder. Connection failed. Passwort falsch. Lock dich neu ein. Teamspeak geht nicht. Ey. Immer. Immer, immer, immer. Schmerzhafte Erfahrung. Ganz schmerzhafte Erfahrung. Normaler Schlafrhythmus, Revistream. Ich. Ja. Meinst du, mir geht es anders? Ich hatte ein geordnetes Leben, Leute. Ich hatte so ein gutes und geordnetes Leben. Ich hatte so eine geile Zeit, Mann. Ich bin aufgestanden. 8.30 Uhr. Mega. Vor GTA RP. Alles nice. Alles geil. Mittlerweile. Ich stream bis 3 Uhr nachts. Denkt mir so. Was mache ich hier? Es lohnt sich nicht mal, weil keiner hier subbt. Ihr dreckigen, gierigen. Leute. Mein Leben ist wegen euch im Arsch. Ich brauche das nicht. Es macht aber schon Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht schon Spaß. Luki hat es verstanden. Danke für den Sub. Jeder in Los Santos. Bernd im Ferrari. Ich bin reich. Junge. Stark. Stark. So. Wahr. So. Sehr. Wahr, Leute. Wer die Streams kennt, weiß. Bernd. Bernd flext gerne. Bernd flext sehr, sehr gerne. Ich bin reich. Jedes Mal im Ferrari. Ganz wichtig. Ein internationales Zeichen für. Ich mache mir später noch ein Brot vielleicht. Ja, okay. Gut. Weiß ich jetzt nicht. Aber warte mal. Ist das meine Al... Ist das in meiner Wohnung, oder? Ne, ist es nicht. Ist es meine Wohnung? Meine alte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Na gut. Das hatten wir eben schon. Revistream? No. Revistream? No. Auch Revistream? No. Blatt abgerissen? Trimax. Alles klar. Ist lustig, weil... Die Quarantäne dauert nicht so lange. Die Quarantäne. Ja gut. Das habe ich schon auf Instagram gepostet. Fand ich sehr, sehr stark, Digga. Fand ich sehr, sehr nice. Hat mir extrem gut gefallen. Not bad. Meme-Bilder ohne Kopfhörer anschauen. Meme-Bilder mit Kopfhörer anschauen. Revistream? Ja. Gut. Was soll ich sagen? Ich... Ich... Ich habe es schon wieder... Ich habe es schon wieder getan. Ich trage schon wieder Kopfhörer. On-Stream. Es ist so. Ja. Ungestreamt. Egal. Er hat Revist Nummer gezeigt. Hochspannung. Lebensgefahr. Stark. 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 Sehr gut. Ah. So trau ich, Alter. Bernd Berger ist Erfolg auf der Insel. Ayo weg. Gewerbeschein in sechs Monaten. Leni hat kein Interesse. Leni und ich sind jetzt ein Paar. Es ist an der Zeit. Leni und ich sind ein Paar. Ich sollte den Mord mit den Kopfhörern machen. Immer wenn ich Kopfhörer an habe und nur labere. Wäre eine Idee, oder? Wäre eine Idee. So viel dazu. Liebstes Meme. Bernd mit fetten Plänen für sein neues Leben auf der Insel. Frau Bolantis. Hey. Frau Voldelantis, Alter. Voldemortantis. Danke für den Stream. Dicke Song in der Winzer. Mit der Nummer habe ich reingeschissen. Als Unge meine Nummer geleakt hat. Immer wieder gerne, Simon. Ja, eine Million Views. Kuss an der Stelle, Bruder. Dankeschön. Dankeschön dafür, Simon. Vielen, vielen Dank, dass du meine Nummer geleakt hast. Sehr, sehr geil. Hier nochmal das Meme für euch, weil ich aus Versehen die Cam offen hatte. Mein Gott. Hier, ihr seht's. Ja, hier ist das Meme. Dankeschön. Pet for Peace. Sehr geil. Unge. Revist Nummer. Wow. Das ist wertlos. Ja. Danke dafür, Simon. Danke. This is worthless, Bro. So schmerzend, Alter. Wenn man bei Revi etwas anders als Valorant sehen möchte. You are timed out for 84.899 Sekunden. Man kennt's. Man kennt's. Gut, Leute. Soviel auf jeden Fall zu meinem Subreddit. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal vorbei. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung von diesem wunderschönen Video hier.